Servus und Willkommen zu einem gemütlichen Tag um den Fruchtplatz. Das haben wir aber dann rausgefunden, deshalb gibt es mal einen dritten Teil nach. Ich werde aber das Spiel auf dem Gesicht nicht so lange weiter verfolgen, weil es relativ zähig ist. Und ich will jetzt auch die Wirklichkeit mal sehen und habe herausgefunden, dass hier ein Gepäckfach ist und dass dann im Genet der Rucksack voll ist. Wenn wir kleine rennen müssen, dann kommen wir gleich ins Auto und im Gesamten verkaufen. Ist er bis heute nach Dietrich gekauft. Uhr. 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 Okay, ich denke, ich bin ein paar Bühnen. Ich denke, ich bin ein paar Jahre. Ich glaube, was ich merke nach, das andere Ängste ist, wo wir jetzt mal waschieren, und ich denke mal, ich gehe jetzt mal auf die Sendung, die Tür. Jo, also der hat mir da ein bisschen gefasst, aber da gibt es nicht auch so was, der dann verklappen kann. Ähm, nein, okay, hier ist du mir kurz, wo war das Alter, das, ähm, sehr gut verging, wegreißen. Okay. 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 Locook. Weiß ich dir etwas anders gewaltigen. Okay. So, sieh' den Bruder dann schön nach. Da fragt uns ja nur, wie die Menschen sind. Was sind das hier sind? Ich würde sagen, ob die Kisten würden immer konsisten. Dann kommt das nächste Video von der Regie kommt dann am Samstag. Dann kommt das nächste Video von der Regie kommt dann am Samstag. Das sieht immer besser aus. Jupp. Jupp. Was ist denn bei der Bewerbung? Äh ok. Ich dachte was mehr dahinter, aber ich bin ja das Tänze endlich da reingegangen. Da haben wir ja auch noch Sachen. Mhm. Cool. Mit anderen auch einen Frott zusammen. Währenddessen mögen wir einen Brief. So würde ich sagen, wer Geduld hat, das weiß ich glaube richtig. Aber da habe ich jetzt gerade mal geguckt, was man so alles braucht und wie lange die Löffel Eilig dauert. Ich bin seit fast 3 Stunden dran und bin gleich bei der Löffel Eilig. Ähm. Das ist so, wie die Unwürfe gesehen sind. Und da bedannten, wenn es schwierig geht, muss es dabei sein. Keine Frage. Ähm. Ich habe auch Bock, ähm, dass man jetzt schon schnell mit dem Großteil auch mal irgendwie rumverhitzen. Das ist, äh. Und dann das Schiff, das wir so gemietet haben. Das Frack, nenn ich einmal. Das kostet pro Tag 100 Dollar. Ja. Ja. Die Bratcast. Ich bin bei 98. Ähm. 98%. Nein. 98%. Und ich künkt den Elektrokasten, das ich dem montierst. Also muss es halt noch leveln. Bis zum 2, 3, 4, so. Das geht nicht. Da sind auch viele dran. Bis zum 2, 5, so. Und da. Ähm. Und dann. Da soweit bist. nur bei seiner Besaltung Grau. Ich meine, das Spiel ist eine Idee. Aber ich werde es auch überhaupt nichts weiterverfolgen. Da habe ich einfach mal mit den Gesenken gespielt, den zweiten Teil auch unter die Ruhe zu nehmen. Schwierig mit den Erfahrungen. Erstens, jetzt bist du groß. Wäre es ganz gut, wenn man da mit dem Fußweiger mal durch den Ziffern warst. Und dann mal, weil da gar kein Wortbild rausflägt. Aber du hast halt abends immer so ein Feuer, aber wie er da ist. Und dann ja, diese Masse, die hier rumliegen. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn ich bremste oder gehe auf der Straße. Ich habe gedacht, dass es mir so schnell geht, zählt alles ein, aber es bleibt nun ja weg. Und jetzt wurden meine Teile bei Infekten. Die alte Basis neu gebaut. Aber ich vermute die ganze Basis. Also von daher. Nichtsdestotrotz, die ich liebe Expert müsste sehen. Und so lange halten will ich auch groß. Ich mache aber trotzdem jetzt mal wie ein Überblender, dass der Video nicht so lange dauert wie beim nächsten Mal. Und ob es gleich ist. So wieder beim Öl. Inhalte schon ist später. Mir denkt kurz davor, die Wirkschaft zu kriegen. Nur noch hinlaufen. Wir brauchen noch nicht mal mehr. Um dann zurückgelegtes Metall anzufassen. Da wird alles, was du hinbekommst. Und wir haben noch ein Löffel. So. Dann wollen wir mal hinlaufen. Wir kommen. Wir kommen. Also, wie vorhin gesagt. In der TG. Aber leider, bin ich so lange wie direkt. Leider hat man das Spielprinzip versteht. Ich gehe selber schneller, aber, ja. Mir da war es eigentlich nichts zu lernen. So. Das war die Wärme, die wir haben nicht gesagt, die Barrake bis beim Spiegel, wenn überhaupt. So. Ok. Mal sehen. Ok. Mein Kind ist das nachher. Ok. Okay. Okay. Let's. So. Ah, wirklich. Man könnte was machen. So, da ist ein Russischer, weil ein Kupfer. Das ist irgendwas, ähm, wenn wir einfach das da reinmachen. Und. Und. Was sagen wir mal? Okay. Okay. Okay, was we get inspired? I was in Heidsen, exactly, in Heidsen. Und dann Okay. 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 Wir probieren einfach mal. Wir gehen jetzt einmal auf ein Auto. Jetzt wird es ein bisschen ins Land da. Ich hoffe es. So. Nein. So. Jetzt habe ich gleich noch. So. 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 mal die Dinge zu schaffen, also. Ich hab mir alle die Queer vorgestellt, denn ich bin doch noch dran. Aber das macht mir ein bisschen mehr davon. Das ist aber hier. Das ist gut. Aber wir haben nur noch vier. Wenn da kein Gewinn rausbringt, dann weiß es halt was dann. Genau das habe ich gesucht. Da. Da ich pumpen. Wenn wir am Rest machen können, dann können wir das machen. Ich werde sie verkratzen. Dann ist Nächte mein Gott. Und an den anderen Seite ich noch mal probieren. Dann halt ich nicht schon. Wir haben hier genug. Dann ist die Möte, glaube ich. Da. So. 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 Okay. Das war ein bisschen. So. 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 Ich würde dann gleich erstmal erhöhen können. Dann würde ich dann auch mal wieder mal das Schiff zu Ende, die sich verlegen könnten. Das ist mein Glück. So. Ok. Der Baum ist dann schön. Und nichts mit einem Lutzblicks, wenn es einfach so langsam ist. Ok. Ok. Das ist der Grund. Das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Das ist ein Grund. was das ist. Eieieiei, Caramba. Mal wieder. Das gibt einen Fehler. Eieie, gehen wir kurz mal um den Schiff. Eieieie, und dann müssen wir mal weg. Jetzt wissen, ob man mit dem Weinstell das Ding rausreißen kann. Oder ob man da alles wirklich diese Ewigkeiten zocken muss, wenn man einen Brenner hat. Das gibt bei dem der andere Linke entspricht. Bis dann, Jetzt beendet der Video, kommt auf eure Reaktionen an, ob ihr es noch sehen wollt, wie ihr unter unser Kerl ist da, dessen Arzt Mund buckelt. Ich sage mal, wir sehen uns beinfektet mit mehr Erfolg und mehr Hexen. In dem Sinne, ich sage mal, auf Wiedersehen. Ciao, bis dann.